Ein herzliches und so ein Video von Hey, denn in diesem Video zeige ich euch die neue Tal-Dekoration und gebe euch ein paar Tal-Infos schon mal hier vorweg, weil es morgen ja losgeht mit dem neuen Tal Season 31. Es ist wieder ein Kükental, also nicht so beliebt, das Reservat-Tal ist beliebter, aber es ist morgen ein Kükental und es geht bis zum 26. April, startet ab morgen, also haut dann morgen richtig rein. Ja, es gibt natürlich auch wieder eine Deko im besonderen Shop, die zeige ich euch jetzt, die blende ich euch hier ein. Nein, so sieht sie aus, finde ich echt cool, der Leuchtturm hier, also echt nice Deko, die gibt es zu gewinnen bzw. zu kaufen, wenn ihr beim Tal einiges absolviert, ein paar Belohnungen holt und dann könnt ihr euch die hier shoppen, quasi Free-to-Play mäßig erhaltbar. Ja, ziemlich nice Deko, schreibt mir eure Meinung zu der Deko in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, ich finde sie ganz cool. Season 31 schon, ja echt heftig, wie lange es Tal schon gibt, aber wieder ein Kükental, Küken ist nicht so beliebt, ey, auch nicht mein Favorit. Tal ist ja eh nicht so mein Ding, ich spiele es zwischendurch mal ganz gerne, auch wegen Lucky Bonus und so, aber allgemein nicht so meins. Ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, danke fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein und ciao! Ja, wie! Ja, wie!